Viele unserer Kinder kommen noch aus Bauernhöfen zur Schule. Hier kommt Friedrich Wilhelm Mondstadt mit seinem Pferd und reitet an seinen Feldern vorbei. Viele Kinder kommen auch mit Fahrrädern von weither gelegenen Wohnungen. Während der Unterrichtszeit weidet das Pferd auf der benachbarten Wiese unter den Obstbäumen. Und wartet bis Friedrich Wilhelm es wieder für den Heimweg abholt. Da waren wir mit dem Heimweg über die Das war die Heimweg auf dericite Denkwahrung. Hier sind wir mit dem Heimweg abholt, mit Säuner und prisoner. Vielen Dank.